Hallo, heute gehe ich mit dem Leo, der haltet gerade die Kamera, gehen wir ins Katerpark und dann in die Skaterhalle. Das ist jetzt so ein Art Vlog und wir wollen mal ein paar Clips entblenden und die Clips, die haben was Besonderes an sich. Also schaut das Video auf jeden Fall zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.